So bitte ganz genau zuhören, was habe ich am Montag zu den Wärmenetzen gesagt? Ganz wichtig ist, die Wärmenetze überarbeiten, damit die Wärmefest wirklich genutzt werden kann. Wer jetzt immer noch die Hälfte seiner Wärme von 4 Millionen, die mit 2 Millionen Spielballstunden zu spüren ist, den kann ich in der Zukunft nie behälten... Stopp! Ich kann ihm helfen, aber er muss einen Monitoring-Vorgang starten, damit ich die Wärmeflüsse lesen kann. Schaut selbst, was vorgestern und gestern zu finden war. Was passiert, wenn im Winter die Fischstühler laufen? Habe ich gestern im Video gesagt, dass ich für den Winter keine Fischstühler laufen sehe? Nee, aber... Was habe ich hier? Volle Hälfte, Fischstühler laufen, obwohl ich einen Tropfen habe. Jawohl. Hört ihr mir die zu? Genau. So, jetzt nehmen wir mal das Schaubild. In dem Fall von gestern war es so, wir hatten zwei BHKWs. Das hier ist ein Schaltschema von einem BHKW mit 250 kW elektrischer Leistung. Jedes BHKW hat einen Motor. In den Motor hinein fließt Kühlwasser mit einer Temperatur von 76 Grad Celsius im Nennbetrieb. Und das Wasser erwärmt sich zur Motorkühlung auf 86. Und der Abgaswärmetauscher gewinnt zusätzlich Wärme aus dem Abgas, wie der Name es schon sagt. Und dann gelingt es uns oft auf 93 Grad das Wasser zu erhitzen. Und dann wird es über den Plattenwärmetauscher in das Wärmenetz gefördert. Und zwar einerseits mit Hilfe der Motor-Kühlkreispumpe und andererseits auf dieser Seite mit der Heizungspumpe. In diesem Fall war es so, die Anlage hatte zu wenig Gas produziert und ein BHKW lief in Volllast und ein BHKW lief in Teillast. Der Trockner dieser Biogasanlage an der Wärmenetzseite lief aber in Volllast weiter und hat das Netz aufgrund der tiefen Außentemperaturen ganz stark ausgekühlt. Hier an dieser Messstelle hatten wir nicht mehr 71 Grad, sondern nur noch 66. Dadurch hatte sich dieses Kühlwasser hier zu stark abgekühlt. Dies hat die BHKW-Steuerung bemerkt, hat dieses Mischventil geöffnet und das heiße Wasser dem Motor zugespielt. Zusätzlich war ein Effekt vorhanden, dass dieses Ventil, das eigentlich das heiße Kühlwasser durch die Tischkühler schickt, geschlossen war. Der Kühler und das BHKW, die Steuerung hatte hier gemessen, hier ist eine hohe Temperatur, deswegen liefen die Kühler in Volllast. Volllast, monatelang, seitdem der erste Fall war, dass das Netz zu kühl war. November, denke ich mal. Volllast, 8 KW hier Strom verballert. Der Motor wurde zu heiß, das Ventil war zu, das Wasser lief hier. Der Motor wurde zu heiß und die Öltemperatur war viel zu hoch. Über 95 Grad, da fuhr die Motorsteuerung das BHKW runter und in der Folge davon zu wenig Strom produziert, zu viel Strom verbraucht. Und wie lösen wir das nun, indem wir diese Fälle auf unsere Schemen zurückführen und hier diese Messpunkte natürlich dauerhaft überwachen. Und zwar mit Aufklemm-Ultraschall-Wärmemengenmessgeräten, die dann die Daten in das Portal schicken, was wir schon seit über 15 Jahren betreiben und was dem Monitoring, also der Dauerüberwachung von technischen Anlagen dient.